Ersatzteil noch mal drin, selbst hier in dem Blech, Ersatzteil noch mal drin. Dann hatte ich ja das Problem, Felgen vorne, keine Ersatzteil noch mal drin, weil die vom Land sind. Und dann schnack ich mit Maxi, weil der mal diese Felgen aufhatte, die 18 Zoll Gussfelgen, jetzt hat er ja 20 Zoll bei sich drauf. Ich sag, guck mal, ob deine alten Felgen die Nummer drin haben. Und Maxi hat tatsächlich 18 Zoll KL oder Gussfelgen. Kriegen draußen jetzt beide mal durch und dann hab ich das alles komplett. Und wie gesagt, ich hab den Motor aufgehabt hier. Ich hab ihn ja im November erst gekriegt. Ja, Anfang November. Das war alles wie neu. Wir haben noch nie so einen Böder gehabt. Alles wie neu. Kann mir aber gar nicht glauben. Das übrige Spiel. Hallo. 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 Wollchen. Wollower. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020